BR 2012 Guten Morgen, Herr Raupelius. Sind Sie bereit, kleine Sandwiches für die Tee-Party zu machen? Viel besser noch, Fräulein Emily. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, mir neue kulinarische Leckereien auszudenken, die perfekt für die Tee-Partys sind. Was halten Sie von Weizengras, Maishülsen, Erdnuss, Butterflips? Das klingt bärig, äh, interessant. Ich werde sie gerne kosten. Oh, ich kann es nicht erwarten. Ich kann nicht mit euch spielen. Wollt ihr reinkommen? Plätzchen, Schnuschhändchen. Ihr beiden, kommt schon. Geht uns bitte aus dem Weg. Wollen Sie mal meine spektakulären Weizengras, Mais, Hülsen, Erdnuss, Butterflips kosten? Oh, ähm, ja. Das ist, äh, mal was, ähm, ganz anderes. Hm. Es hat vielleicht einen eigenartigen Geschmack. Sie wissen schon, einen, an den man sich erst gewöhnen muss. Die sind nicht für jeden was, oder? Um die genießen zu können, sollte man abenteuerlustig sein. Also, wenn ich ehrlich sein soll, Herr Raupelius, ist das ein bisschen zu viel Abenteuer für mich. Aber möglicherweise finden die anderen Gefallen daran. Ah, so war ja. Geht es euch beiden gut? Oh, ihr wollt spielen. Tut mir leid. Ich sagte euch doch schon, dass ich heute zu beschäftigt dafür bin. Ich präsentiere meine nächste Kreation. Das allererste Erdbeer, Himbeer, Blaubeer, Zitronen, Orangen, Pflaumentee-Sandwich. Hm, merkwürdig. Merkwürdig? Oh, tut mir leid. Ich meinte, das ist merkwürdig. Schnuschönchen und Plätzchen sind nicht zum Fressen nach Hause gekommen. Ach, herrje. Das ist nicht nur merkwürdig, diesen Fall gab es noch nie zuvor. Liebe Güte, ich hoffe doch, dass Ihnen nichts passiert ist. Oh, keine Sorge, Herr Raupelius. Es gibt sicher eine bärig einfache Erklärung dafür. Vermutlich spielen Sie nur... Oh. ...draußen und haben ihr Zeitgefühl verloren. Vermeite die mittlere Etage. Was für ein Tag. Ich hatte richtig viel zu... Nehmt euch wohl den Flips in Acht. Psst, das ist Herr Raupelius ganzer Stolz. Seine Weizengras-Mais-Hülsen-Erdnuss-Butter-Flips. Hey, Emily. Was findest du da draußen denn so interessant? Oh, gar nichts. Sie sind immer noch nicht zurück. Wer ist immer noch nicht zurück? Schnuschönchen und Plätzchen, habt ihr sie gesehen? Werden sie vermisst? Oh, ich bin ganz sicher, sie spielen nur. Ihr wisst doch, wie sie sind. Die Armen klein. Was ist, wenn Ihnen da draußen was passiert ist? Keine Sorge, Zitronella. Sie kommen nach Hause, wenn sie so weit sind. Sie kommen nach Hause, wenn sie so weit sind. Oh, ja, ja. Das ist richtig. Wo seid ihr beide nun? Wir sitzen vor deiner Nase. Die Ehrenwerten Ehrengäste sind hier. Oh, aber natürlich. Gefällt euch eure Party? Ja, das ist die beste Teeparty auf der Welt. Da bin ich aber froh. Das bin ich nicht. Würdet ihr mich bitte entschuldigen? Ich kann einfach nicht aufhören, an diese zwei hilflosen kleinen Kreaturen zu denken, die da draußen sind. Verloren in der großen, weiten Welt. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Raupelius. Nach der Teeparty gehe ich raus und finde Sie. Wenn ich irgendwie helfen kann, sagen Sie es. Das ist bärig nett von Ihnen. Vielleicht können Sie sich später hier drinnen um alles kümmern. Dann kann ich rausgehen, um Sie zu suchen. Das mache ich gern. Sagen Sie einfach, wann Sie gehen wollen. Jetzt. Schnuschönchen! Plätzchen! Die Beinen waren noch nie so lange weg. Habe ich recht? Macht euch keine Sorgen. Ich werde sie ganz schnell finden. Ich kenne alle ihre Lieblingsorte. Bitte geht doch wieder rein und feiert weiter. Sarah und Klara Käfer fühlen sich sonst alleingelassen. Aber wir können dir bei der Suche helfen. Nein. Sie freuen sich schon seit Wochen auf diesen Tag. Die Zwillinge werden mich nicht vermissen. Aber wenn ihr auch noch geht, ich meine, die Party hat gerade angefangen. Die Party ist vorbei. Ich entschuldige mich vielmals, Fräulein Emily. Ich konnte sie nicht aufhalten. Wir können doch jederzeit eine Teeparty haben. Aber gerade jetzt bevorzugen wir eine Suchparty. Damit wir deine Haustiere finden. Und die kleinen Sandwiches haben wir hier drin. Ich bin dabei. Ich danke euch allen so sehr. Dafür sind Freunde doch da. Ich lese gerade ein spannendes Krimi-Buch von Patty Schnüffelnase. Bonnie hat es mir empfohlen. Und da gibt es eine Suchparty-Szene. In dieser Szene schaffen sie es, eine vermisste Glimmerbeere zu finden, indem sie sich alle aufteilen. Tolle Idee. Oh, äh, Klara Käfer und ich werden an jede Gruppe Essen und Getränke verteilen, sobald sie mir den Korb gegeben hat. Sobald sie mir den Korb gegeben hat. Sobald sie mir den Korb gegeben hat. Essen, Suchparty-Stärkungen. Ich danke dir, Klara Käfer. Ich nehme gerne etwas. Oh, so ein Glück. Der Regen hat aufgehört. Dann geht es jetzt weiter. Wir haben viel zu tun. Wir müssen die Bärchen beliefern. Dankeschön. Warte, das ist eine von Herrn Raupelius' Kreation. Oh, gut, dass du es nochmal sagst. Äh, ich hebe es mir für nachher auf. Hm, ich denke, ich mache es genauso. Hm, ein Arborales Linaria steht für gewöhnlich aufrecht. Meine Tierchen waren sicher hier und haben sie umgeknickt. Oh, Sie haben eine tolle Beobachtungsgabe, Herr Bärchen. Wow, das erinnert mich jetzt wirklich an das Krimibuch, das Bonny mir gegeben hat. Die Suchparty fand dort auch in einem dunklen Wald statt. Und während sie den Spuren der vermissten Glimmerbären nachging, war der böse, scheußliche, bärig-hinterhältige Dieb hinter ihnen her und verfolgte sie. Oh, hey, ich habe das Buch von Patty Schnüffelnase auch mal gelesen. Die geniale Detektivin und der Fall des bösen, scheußlichen, bärig-hinterhältigen Glimmerbärendiebes. Und wie, wie sehr böse, scheußlich und ähm, wie war das andere noch? Bärig-hinterhältig. Oh, je. Aber dann stellte sich raus, dass es gar kein Dieb war. Oh, was für ein Glück. In Wirklichkeit war es ein Waldmonster. Ja, man nennt es den Waldschreckschleicher. Oh. Haben Sie was gehört? Nein, nichts. Absolut rein gar nichts. Sind Sie sicher? Nichts, das ich vielleicht anhören könnte wie ein, äh... Schleicher? Äh, nein, nein, kein Stück. Warten Sie auf uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie so weit gekommen sind. Ich war vorher noch nie in dieser Gegend. Sie ist nicht mal auf der Karte, die ich ausgedruckt hab. Und es gibt keinen Weg. Ich muss einfach überall nach Ihnen suchen. Sie haben sich doch nicht in Luft aufgelöst. Lass uns noch ein Stück weiter gehen. Also, ich würde mich bei diesem regnerischen Wetter nicht so gern hier draußen verlaufen, so wie es Ihnen vielleicht passiert ist. Verlaufen? Meine Tiere? Ich weiß was. Ich hab eine Geschichte gelesen, in der zwei Kinder eine Spur aus Brotkrum legen, damit sie wieder nach Hause finden. Oh, ich kenne diese Geschichte. Ähm, wird die, ähm, Brotkrum-Spur nicht aufgegessen? Aber keiner wird das hier essen. Du hast immer so gute Ideen, Bonnie. Komm schon, jetzt verlaufen wir uns nicht. Und jetzt verlaufen wir uns nicht. Haben Sie schon ein Zeichen von Ihnen gesehen? Leider nicht, aber wir geben noch nicht auf. Hey, erinnert dich das an was im Metthörtchen? Ja, klar. Bei regnerischem Wetter treibt der Waldschreckschleicher gern sein Unwesen. Na, kommt schon, lasst uns weitergehen. Bei diesem Regen? Wir müssen doch die Tiere finden. Oh, oh. Los, schnell da hoch. Hier lang. Lass uns da rangehen. Hier ist es trocken. Hey, geh weiter. Ich kann nicht ganz wieder zurück. Wir stecken fest. Hey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Irgendjemand müllt hier alles zu. Was würde Emily jetzt sagen? Bring es rein, bring es raus. Nimmst du etwas mit in die Natur? Lass es da nicht liegen. Hilfe! Ist das hier drinnen? Haben Sie das gehört? Oh, ich fürchte ja, ja, leider schon. Das ist doch unmöglich, der Waldschreckschleicher. Das Essen für die Suchparty zu verteilen ist wirklich anstrengend. Es ist viel Arbeit. Ja, ruhen wir uns kurz aus. Wir sollten jetzt auch was essen. Oh, hey, ich habe das Sandwich aufgehoben. Es ist meins. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nie, was übrig bleibt. Ich mag es ja nicht. Hey, hilf! Ah! Wer lässt denn seinen ganzen Dreck hier liegen? Oh, Orangela, Himbeertörtchen. Wenn ihr uns hören könnt, wir sind hier hinten. Es kommt einmal näher. Oh, nein! Da ist es schon Ganzi offen. Oh, nein! Ah! 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 Wenn ich sie mit meiner offiziellen Lupe zum Patty-Schnüffelnase-Buch, die geniale Detektive, nicht finden kann, dann sind sie verschwunden. Meine Tiere? Nein, die Krum, die wir gelegt haben. Ich glaub's nicht, dass sie jemand gegessen hat. Oje, oje. Jetzt werden wir nie wieder hier rausfinden. Habt keine Angst. Wir sind doch zu zweit. Uns fällt ganz sicher etwas ein. Aber die Sonne wird in ungefähr 44 Minuten untergehen. Wir haben unsere Tiere noch nicht gefunden und uns verlaufen. Ich rufe die anderen an. Hi, Orangela. Habt ihr irgendein Zeichen von den beiden gefunden? Nein, hier leider nicht. Allerdings, naja, wir wissen nicht so ganz genau, wo hier ist. Ja, wir haben uns auch verlaufen. Oh, äh, ich ruf dich zurück. Da ruft gerade noch jemand an. Hallo? Hi, Zitronella. Ganz ruhig, Zitronella. Was ist los? Oh, irgendwas ganz merkwürdiges ist hier draußen. Zitronella, sei tapfer. Wir werden dich finden. Toll. Jetzt haben wir uns alle verlaufen. Hey, ist das eine Karte? Äh, es war eine. Schnell, wir verstecken uns da drin. Ich weiß nicht, ob ich da durchpasse. Ich helfe Ihnen. Mit dem Hinterteil zuerst. Ich kenne diesen Weg. Was für ein Glück. Aber wir haben die Tiere noch nicht gefunden. Das ist doch wirklich furchtbar. Karpf-Hoch-Zitronella, wir werden sie schon finden. Oh, du bist so toll, Emily. Was würden wir nur ohne dich tun? Du sagst immer, dass alles wieder gut wird. Das baut uns richtig auf. Ich kann nur hoffen, dass alles gut wird. Clara-Käfer, Clara-Käfer. Was ist los? Wisst ihr was über die Tiere? Wir haben die Tee-Sandwiches und die Flips verloren. Flips? Wir waren den ganzen Nachmittag damit beschäftigt, sie einzusammeln. Ihr habt unsere Flips-Spur beseitigt? Na klar. Flips rein. Flips raus. Prinzessin, irgendein... Ah, verstehe. Die Sonne geht unter. Und wir haben Plätzchen und Schnurrschönchen noch nicht gefunden. Was ist, wenn wir sie nie finden? Und ich habe Herrn Raupelius und Herrn Bärchen verloren. Es ist hinter mir. Es kommt uns holen. Weg hier! Wo auch immer ihr seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wenn sie irgendwo sind, wo wir sie nicht finden können? Wie können sie sich verlaufen? Sie kennen sich doch hier in der Gegend aus. Aber vielleicht haben sie total die Orientierung verloren. Sie könnten zu müde sein für den Nachhauseweg, aber morgen werden sie wiederkommen. Was ist, wenn sie irgendwo gefangen sind? Ich denke, das ist eher unwahrscheinlich. Ich vermisse sie so sehr. Meint ihr, sie sind weggelaufen? Ach, Emily. Ist alles okay? Es ist nur die Nachtluft. Sie bringt mich zum Schniefen. Oh, Emily, du musst dir solche Sorgen machen und wir reden die ganze Zeit nur über uns. Es tut mir so leid. Du Ärmste. Du liebst deine Tiere so sehr. Ich wollte euch alle nicht beunruhigen. Aber ich habe solche Angst, dass ich sie nicht finde. Und vielleicht sind sie weggelaufen. Wisst ihr, sie wollten, dass ich mit ihnen spiele. Aber ich war zu beschäftigt. Oh, das hätte ich vorhin nicht sagen dürfen. Sie würden niemals weglaufen. Und schon gar nicht, wenn sich jemand wie du um sie kümmert. Sie wissen, dass du sie liebst und sie lieben dich. Mach dir keine Sorgen, Emily. Wir werden sie auf jeden Fall finden. Oh, das hoffe ich. Ich bin so froh, dass ihr alle bei der Suche mithältst. Schnell! Rennt! Rennt um euer Leben! Wovor rennen wir denn weg? Vor ihm! Es kommt aus dem Untergrund! Wir haben auch komische Geräusche unter der Erde. Wartet einen Moment! Unter der Erde! Vielleicht sind die Tiere deswegen nicht nach Hause gekommen. Was meinst du damit, Emily? Na ja, wir haben hier oben überall nach ihnen gesucht. Und wenn die Tiere unter der Erde waren und nicht wussten, welche Tageszeit ist? Haben sie vielleicht ihr Zeitgefühl verloren? Ganz genau! Herr Raupelius und Herr Bärchen, wo haben sie die Geräusche gehört? Ähm, 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 da hinten! Schnuschönchen! Oh, es ist nur ein Baby-Erdhörnchen! Oh, es ist nur ein Baby-Erdhörnchen! Oh, es ist beherig schön, dass ihr wieder da seid. Und ich hoffe, dass ihr mir nie wieder so einen Schreck einjagt. Oh, ich danke euch allen so sehr. Danke, dass ihr mit nach meinen Tieren gesucht habt. Hättet ihr nicht wirklich alles abgesucht? Hätte ich sie niemals gefunden. Unter der Erde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, hallo! Dollyau-Rangela! Oh, hi, Herr Bärchen! Vielen Dank, dass du mir diesen Puertaid besorgt hast. Das war eine tolle Idee. Sieh nur, was ich damit alles kann. Oh, zum Hüpfen ist es recht. Da wird dir nicht schlecht. Oh nein, es macht Spaß. Und das eingebaute Hüpfometer ist super. Maria Käfer, ist bei euch in der Post vielleicht ein Paket angekommen? Für Herrn Bärchen? Eines von diesen muss es sein. Oh, pass auf. Ah, da ist es ja. Und, glaubst du, das ist das Reisemagazin, auf das du gewartet hast? Oh, weißt du, mal sehen. Du musst ja so aufgeregt sein. Endlich kannst du in den Urlaub fahren. Nun ja, eigentlich werde ich nicht fahren. Du fährst nicht? Ich habe beschlossen, dass es mir wichtiger ist, dieses ganz besondere Beerenzartgut zu kaufen. Also kann ich mir momentan einen Urlaub einfach nicht leisten. Diese neuen Bärenpflanzen sind ganz wichtig für die Bärchenfarm und alle anderen in Bitsi-Bärchenhausen. Oh, aber Herr Bärchen, du hast doch schon letztes Jahr auf deinen Urlaub verzichtet, weil du meine kranken Petunien gepflegt hast. Und vorletztes Jahr, um uns bei der Bärenernte zu unterstützen. Vielleicht nächstes Jahr, aber jetzt sollte ich die Samen wohl besser einpflanzen. Warte doch, willst du dir das Bitsi-Bärchen-Welt-Reisemagazin nicht wenigstens angucken? Oh, das werde ich tun, wenn ich endlich wirklich einen Urlaub plane. Der Arme arbeitet definitiv zu hart. Das ist gar nicht gut für ein Bärchen. Hi, Orangela. Herr Bärchen ist mir gerade entgegengekommen und er schien nicht wirklich glücklich zu sein. Fantastisch! Nein, irgendwie nicht. Er wirkte eher... traurig. Nein, ich meinte das hier. Das Reisemagazin richtet einen Wettkampf aus. Derjenige, der einen Bitsi-Bärchen-Weltrekord bricht, gewinnt eine Reise seiner Träume. Das würde Herrn Bärchen aufmuntern. Eine Traumreise. Und ich habe schon eine Idee, wie wir das schaffen. Das ist eine bärig-gute Idee. Nur gut? Oh, die ist großartig. Herr Bärchen hat einen Urlaub wirklich verdient. Aber dafür ein Weltrekord brechen? Was könnten wir denn Weltrekordmäßiges machen? Tja, worin sind wir gut? Du bist eine exzellente Köchin. Imbertörtchen ist die beste Modedesignerin. Und Pfläumeli, du bist eine erstklassige Tänzerin. Dankeschön. Wir sind alle in vielen Dingen gut. Also wer von uns sollte versuchen, einen Rekord zu brechen? Wisst ihr, ich habe da noch eine Idee. Wenn wir alle versuchen, einen Rekord zu brechen, jede in einer anderen Disziplin, dann haben wir größere Chancen, dass eine von uns den Wettkampf gewinnt. Ja, das machen wir. Orangela, du kümmerst dich um alles. Oh, äh, okay. Oh, das ist immer noch nicht hoch genug. Der Bitsi-Bärchen-Weltrekord ist zweimal so hoch wie dieses Soufflé. Tja, dann muss ich wohl weiterprobieren. Tja, dann muss ich wohl weiterprobieren. Äh, was? Ja, es gibt Erdbeer-Soufflé. Oh, das klingt sehr köstlich. Das hätte ich auch gern, bitte. Schon unterwegs. Was ich sagen wollte, Herr Bärchen, ich habe dieses tolle Buch über merkwürdige Krankheiten gelesen. Bizarre Beschwerden und jeder kann sich anstecken. Meine Güte, wie ansteckend sind denn diese ansteckenden Krankheiten? Oh, bärig ansteckend. Die kriegen einen, ohne dass man es merkt. In diesem Kapitel hier geht es um Kackel-Wackel-Zappelitis. Leute, die das haben, tun merkwürdige, lustig aussehende Dinge, die sie noch nie vorher gemacht haben und die förlige Quatsch sind. Guten Appetit. Wundervoll. Dankeschön. Bonnie, kann ich noch irgendetwas für dich tun, bevor ich essen gehe? Nein, das war alles, Boris Bücherwurm. Dankeschön. Na gut, dann sehen wir uns nach der Pause. Bis dann, Boris. Hallo, Bizzi Bärchen Weltreisemagazin? Ich rufe wegen des Wettbewerbs an, die mit der Reise. Genau. Ich wollte sie nur davon in Kenntnis setzen, dass es eine ganze Reihe von Weltrekorden gibt, die in Bizzi Bärchenhausen schon so gut wie gebrochen sind. Aber, aber... Wie viele? Ich würde sagen, ungefähr sechs Rekorde oder so. Oh, ich weiß nicht, welche das sein werden. Aber sie werden überragend sein. Bärig überragend. Sie werden einen offiziellen Preisrichter schicken? Freitag? Perfekt. Danke. Danke vielmals. Wiedersehen. Jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Trockene Tücher? Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich schon bereit sind. Bereit? Ich habe in meinem Laden so viele Dosen gestapelt, das reicht für viele Rekorde. Ich bin Profi. Und dieser Preisrichter wird einen Stapel Dosen sehen wie noch nie zuvor. Äh, okay, aber... Aber was? Bitte denk daran, du bist verantwortlich. Was sollen wir denn tun? Oh, da war ich vielleicht etwas voreilig. Tut mir leid, ähm... Okay. Ich kümmere mich darum, dass jeder etwas hat, womit er einen Rekord brechen kann. Gute Idee. Und was machen wir jetzt? Wenn ich dir dabei helfe, etwas Passendes für dich zu finden, vielleicht fällt mir dann auch etwas für mich ein. Ups. Ich glaube, höher geht's nicht. Ich kann sie aber nicht draußen stapeln, da werden sie schmutzig. Ach, ich hab eine Idee. Kommst du gut voran, Himbeertörtchen? Naja, ich will das perig größte Kleid aller Zeiten nähen. Ich hab versucht, das kleinste Kleid zu machen, aber so klein konnte ich gar nicht gucken, um das zu nähen. Sieht doch total toll aus. Mach weiter so. Der Preisrichter kommt dann am Freitag. Oh, was? Das sieht super aus. Ah! Entschuldige, Zitronella. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ach, ist schon okay. Es war sowieso nicht rekordverdächtig. Ich hab wirklich alles ausprobiert. Sogar zehn Nägel super schnell zu lackieren. Uh, und hat das funktioniert? Oh, dann entscheide dich schnell. Du hast noch Zeit bis übermorgen. Dann kommt nämlich der Preisrichter. Oh, bitte, Mürmer, räuft zu Fell und dolpert, äh, Schnut. Äh, ah! Der Weltrekord im Überkopflesen wird schon mal nicht gebrochen. Ich kann einfach nicht so lange auf dem Kopf stehen. Tut mir leid. Wenigstens hast du's versucht. Da, macht Spaß? Versuch du mal zu tanzen, während du auf den Händen läufst. Hm? Oh, zeig mal. Oh, ich glaube, ich kann es nicht. Ich übe das jetzt schon seit Stunden. Aber, okay, ich mach's. Das ist unglaublich gut. Oh, jetzt ist mir schlecht. Oh, wie schlecht. Oh, nein. Erklimmen zu Berg, den Versuch, Male, viele haben sie. Finden Schatz, den sie könnten, würden erreichen. Gipfel den, nur sie wenn. Oh, dieses Mal warst du langsamer als vorher. Ich glaube nicht, dass ich beim Rückwärtslesen irgendeinen Rekord brechen kann. Ach, Bonnie, wir sind zwar kleine Personen, aber ich weiß, dass wir große Taten vollbringen können. Okay. Erklimmen zu Berg, den Versuch, Male, viele haben sie. Finden Schatz, den sie könnten, würden erreichen. Gipfel den, nur sie wenn. Erklimmen zu Berg, den Versuch, Male, viele haben sie. Finden Schatz, den sie könnten, würden erreichen. Gipfel den, nur sie wenn. Oh, je. Was? Oh, meine Haare. Ähm, ich habe Probleme mit den Farben. Kann ich dir irgendwie helfen, Herr Bärchen? Ich mache mir Sorgen wegen... Äh, 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 äh. Oh, verfaulte Bären. Fräumli? Weswegen machst du dir denn Sorgen? Nun ja, sie, ich meine, das ist, äh, Fräulein Zitronella. Findest du nicht, sie benimmt sich, nur ja. Seltsam? Nein. Aber... Oh, ach, weißt du, sie liebt es einfach, Sport zu treiben. Oh, oh, wenn es weiter nichts ist, dann... Möchtest du vielleicht ein Meersalz, Fußbad? Nein, danke. Ich denke, ich kümmere mich mal lieber um diese Pflanze hier. Na gut, dann bis bald. Ich meine, man sieht sich. Okay, Wiedersehen. Oh, Fußbad, ich bitte dich, Zitronella. Nichts, was ich versuche, scheint gut genug, jedenfalls nicht rekordverdächtig. Außerdem wird Herr Bärchen langsam misstrauisch. Das liegt doch nur daran, dass du deine Rekordversuche draußen und am helllichten Tag geprobt hast. Wo soll ich denn sonst üben? Mein Tanzstudio ist viel zu klein. Mädels, bitte, hört auf euch zu zanken. Wer hat das gesagt? Sie, die war's! Wieso müssen wir uns unter diesen Umständen treffen? Weil Herr Bärchen heute Nacht da draußen seine nachtblühenden Jasminpflanzen begutachtet. Ich glaube, mein Riesenkleid ist Blödsinn. Der Preisrichter wird mich auslachen. Hey Leute, ich vermisse unsere Wir-schaffen-es-Einstellung. Orangella ist die einzige, mit der Wir-schaffen-es-Einstellung. Wir-schaffen-es-Dosen-zu-stapeln-Einstellung. Ha, ha, ha. Ist doch gut, weil die Person, die verantwortlich ist, sollte auch die richtige Einstellung haben. Verantwortung zu haben, ist anstrengender, als ich dachte. Kommt schon, Mädels. Ich bin mir sicher, euch fällt etwas ein. Nicht für mich. Denkt dran. Ihr macht das alles nur für Herrn Bärchen. Hey! Moment. Orangella, dein Dosen-Stapeln. Das bringt mich auf eine Idee. Was für eine? Vielleicht sollten wir unsere Ideen austauschen, statt allein vor uns hin zu grübeln. Vielleicht sollte ich nicht irgendwas kochen, sondern ich könnte doch Früchte stapeln. Der höchste Früchteturm der Bitsi-Bärchen-Welt. Ja! Und nachdem du gewonnen hast, essen wir ihn auf. Weißt du was, Emily? Deine Idee, das höchste Soufflé zu machen, bringt mich auch auf eine Idee. Ich könnte die höchste und fluffigste Frisur stylen. Mädels, das ist spitze. Oh, aber was ist mit mir? Ich hab bald keinen Stoff mehr für mein Riesenkleid, das ich nähe. Das ist es. Wie wär's, wenn du das Kleid mit den meisten Nähten machst? In dem Kleid sind inzwischen schon so viele Nähte und niemand in Bitsi-Bärchenhausen kann schneller nähen als du. Oh ja! Ja! Dankeschön, Bonnie. Das mach ich. Und weißt du was? Niemand kann schneller vorlesen als du. Wieso versuchst du nicht, den Rekord im Schnellvorlesen zu brechen, statt über Kopf oder rückwärts oder... Naja, du weißt schon. Ich fasse es nicht, dass mir das nicht selber eingefallen ist. Danke, Himbe-Törtchen. Seht ihr, Mädels? Ich wusste, dass wir es schaffen, wenn wir uns nur gegenseitig ein bisschen inspirieren. Und was ist mit dir, Pfläumeli? Äh, keine Ahnung. Wie wäre es mit Pirouetten? Oh, die meisten Pirouetten hintereinander. Hey, ja! Mädels, das ist es. Und alle Sorgen sind unbegründet. Rückwärts sprengen, ja? Ja, und Fräulein Orangella hat ihre Ware genommen und vor der Tür aufgestappelt. Oh, ein klarer Fall, der Krackel-Wackel-Zappelitis. Zum Glück haben sie mich darauf aufmerksam gemacht. Wir sollten keine Zeit verlieren. Oh nein! Aber sind Sie sicher, dass wir einen Doktor einschalten sollten? Ganz sicher. Okay, zeig nach dem Rechten zu sehen. Heute ist der große Tag. Bist du bereit? Wow! Du siehst aus wie das weltgrößte Soufflé. Ist es gut? Nein, das ist großartig. Da ist der Preisrichter! Oh Mann! Hallo, Orangella! Oh, hallo, Boris Bücherwurm! Na, immer auf den Beinen. Äh, auf dem Pokustik. Nun ja, ja. Dann lass ich dich mal weiterhüpfen. Bis später. In einer Eiche lebte eine weise Eule. Sie hatte genug von dem Geheule. Sie sprach nicht mehr, hörte nur noch zu. So fand sie endlich ihre Ruhe. In einer Eiche lebte eine weise Eule. Sie hatte genug von dem Geheule. Sie sprach nicht mehr, hörte nur noch zu. So fand sie endlich ihre Ruhe. Oh. Immer noch nicht schnell genug für den Weltrekord. So, schneller, schneller! Der Preisrichter ist fast da. In einer Eiche lebte eine weise Eule. Sie hatte genug von dem Geheule. Ein Glück, dass Sie da sind, Dr. Knuspernhus. Zuerst war es nur Fräulein Fläumeli, aber dann hat es sich anscheinend ausgebreitet. Oh. Hm. Ich persönlich habe so etwas noch nie gesehen. Sie sollten unbedingt Prinzessin Bärchen informieren. Wer weiß, wer sich noch alles damit ansteckt. Tragisch und so traurig. Was können wir dagegen tun? Ich muss mir die anderen Patienten anschauen. Der Preisrichter ist nur noch ein paar Meter entfernt. Mach es noch fluffiger. Oh. Oh. Fräulein Zitronella, sind Sie zu Hause? Oh. Bin gleich da. Oh nein. Moment. Ich bin mir sicher, ich kann es so fluffig hinkriegen, wie es war. Oder noch fluffiger. Fräulein Zitronella, sie muss auch noch zu den anderen Mädchen gehen. Ach. Sie haben ja recht. Das wäre nicht fair. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich finde, du solltest damit aufhören, Pfläumeli. Oh Mann. Mir wird einfach zu schnell schwindelig. Schwindelgefühl. Hm. Aber warten Sie nur, bis Sie Himbeertörtchen sehen. Wir sind schon unterwegs. Nun, mein Kind, ich denke, du solltest dich nicht so überanstrengen. Oh nein. Sie erkennen also auf den ersten Blick, dass es nicht genug Nähte hat? Oh. Ups. Okay. Aber Ihnen wird bestimmt gefallen, was Emily macht. Ja. Ich bin mir sicher, das wird es. Ich befürchte, das geht über meine medizinischen Kenntnisse hinaus. Es ist noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich muss einen Spezialisten benachrichtigen. Wer weiß, wer weiß, wer sich damit noch alles anstecken will. Oh. Entdeckung. Ah. Hältst du, Vorsicht. Oh. Zu spät. Sie konnten gar nicht nachmessen. Ich werde deine Temperatur messen. So etwas habe ich noch nie gesehen in der ganzen Zeit, seit ich Doktor bin. Doktor? Doktor heller Knuspernuss. Jetzt streck deine Zunge raus, sag A. Und erzähl mir, wieso du Früchte gestapelt hast. Na, um einen Weltrekord zu brechen und den Wettbewerb zu gewinnen. Ah. Sie glaubt, sie befindet sich in einem Wettbewerb. Aber wir, wir, wir sind in einem Wettbewerb. Wir alle. Sind Sie nicht der Preisrichter? Ich bin Ärztin. Herr Opelius hat mich angerufen, damit ich euch helfen kann, weil ihr krank seid. Aber wir sind nicht krank. Bitte, sie, sie können ihr merkwürdiges Verhalten nicht bestreiten. Hüpfen und drehen. Und Dosen stapeln und Ratschlagen. Wir wollten Orangella dabei helfen, eine Reise für dich zu gewinnen. Eine Reise? Für mich? Wenn wir einen Bitsibärchen Weltrekord brechen, gewinnen wir beim Reisemagazin eine Urlaubsreise. Und die wollten wir dir schenken. Oh. Oh je. Das ist zauberhaft. Ich kann es nicht glauben. Aber wir haben versagt. Nein, wir haben nicht versagt. Orangella, du hast Verantwortung übernommen und uns alle motiviert, über uns hinauszuwachsen. Höher, schneller, weiter, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Auch wenn keine von uns einen Weltrekord gebrochen hat. Oh, aber eine von euch hat tatsächlich einen Weltrekord gebrochen. Ach wirklich? Woher weißt du das? Ich bin der Preisrichter des Reisemagazins. Du? Boris Bücherwurm? Ja, wir Preisrichter sind einfach überall. Mädels, es ist echt anstrengend, mit euch mitzuhalten. Mein Dosenstapel? Haben wir damit den Rekord gebrochen? Nein. Deine Sprünge mit dem Pogo-Stick. Ich habe mitgezählt, seit ich dich damit gesehen habe. Und sieh her, dein Hüpfometer bestätigt es. Du hast zehn Sprünge an einem Stück mehr als der vorherige Rekordhalter. Ja! Herzlichen Glückwunsch, Herr Bärchen. Die Mädels haben eine Traumreise für dich gewonnen, wo immer du auch hin willst. Mir fehlen die Worte. Ich bin so erleichtert, dass sie nicht diese Krackelwackele. Wie nochmal? Krackel, Wackel, Zappel, Liedes. Hier steht's in meinem medizinischen Buch. Krackel was? Oh, Herr Raupelius, das ist kein medizinisches Buch, sondern ein Witzbuch. Bitte was? Ja, das ist ein Witzbuch mit erfundenen komischen Krankheiten und Wehwehchen. Das ist ja, das tut mir leid, da habe ich mich wohl lächerlich gemacht. Keine Sorge, Herr Raupelius. Es ist dir alles gut gegangen. Und da mein Früchteturm auf dem Boden liegt, möchte ich euch alle zu mir einladen, um Herrn Bärchens Urlaub zu feiern mit einer riesengroßen Portion Erdbeer-Soufflé. Ja! Ihr Gänseblümchen seht durstig aus. Ihr wachst ja unglaublich schnell. Hallo, Bonny. Und? Wachsen deine Pflanzen schön? Diese Blumen hier wachsen so schnell, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe die Samen erst heute Morgen gesät und schon treiben sie aus. Wow, das ist wirklich schnell. Magische Gänseblümchen von einem bitzy kleinen Samen zu einer voll ausgewachsenen Blume in nur wenigen Tagen. Ähm, was denkst du, wie groß sie werden? Ich nehme an, ungefähr so groß wie mein Laden. Fast hätte ich es vergessen. Das Kochbuch, das du wolltest, ist angekommen. Das ist klasse! So, hier ist es. Das Meister-Muffin-Backbuch. Große Rezepte für kleine Bäcker. Oh, danke schön, Bonny. Wäre ich gern geschehen. Da drin ist ein Rezept für Mais-Muffins, das ich sofort versuchen will. Ich habe gehört, dass es wirklich gut ist, aber es ist komplizierter als alles, was ich bisher gebacken habe. Ich habe was über den Autor gelesen. Ein bekannter Chefkoch in Butzel-Bärenstadt. Ich bin sicher, wenn du dich an seine Anweisungen hältst, wird alles gut. Ich bin sicher, wenn du dich an seine Anweisungen hältst, wird alles gut ist, wenn du dich an seine Anweisungen hältst. Oh, was ist denn da los? Hey, Emily, was ist das? Keine Ahnung. Irgendwas stimmt mit dem Ofen nicht. Was war das? Mein Muffin-Rezept? Wenn das Muffins sind, würde ich gerne sehen, was passiert, wenn du ein Kuchen bäckst. Danke, dass ihr mir beim Saubermachen helft. Wenn jemand in Bitsi-Bärchenhausen Hilfe braucht, sind wir alle dabei. Ganz genau. Klar, kein Problem. Wir helfen gern. So machen wir das in unserer bärisch-winzigen Stadt. Das ist das Eigenartigste, das ich je gesehen habe. Und du hast dich wirklich an das Rezept gehalten? Ich denke schon. Tja, die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass du an irgendeiner Stelle einen Fehler gemacht hast. Es muss wohl so sein. Aber ich weiß sicher, dass alles richtig gewesen ist. Ich versuche es einfach nochmal. Und diesmal bin ich super vorsichtig. Wow, was auf der Verpackung steht, ist anscheinend wahr. Ihr werdet wirklich schnell groß. Ihr seht irgendwie ein bisschen anders aus als auf dem Bild. Aber ihr seid noch so jung. Wie ihr wohl ausseht, wenn ihr ausgewachsen seid? Oh nein! Los, kommt! Komm schon! Das kann ich nicht wahr sein! Keine Sorge, diesmal ist nur ein winziger. Ich meine ein wirklich bitzi kleiner Muffin im Ofen anstatt eines ganzen Blechs. Wenigstens muss nur der Ofen geputzt werden. Okay, ich hab's. Ändere den Namen einfach in Muffins Surprise. Muffins à la Wum? Ha! Muffins à la Mega Wum? Ha! Ha! Hey, gar nicht mal so schlecht. Das ist doch nicht zu verstehen. Ich hab echt aufgepasst, dass ich mich an die Anweisungen halte. Aber es ist das Gleiche passiert. Ich hab jeden Schritt geprüft. Zweimal die Ofentemperatur. Dreimal die Eieruhr. Möglicherweise hat das Rezept einen Fehler. Was denkst du? Ich denke, das ist äußerst unwahrscheinlich. Vermutlich hast du irgendwas nicht richtig gemacht. Zu viel Mehl oder zu wenig Wasser. Ich hab alles ganz genau abgewogen. Aber weißt du, manchmal ist die unwahrscheinlichste Möglichkeit trotzdem möglich. Im Backbuch könnte ein Fehler sein. Aber wie geht denn sowas? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es nur herausfinden, wenn ich es nochmal versuche. Und bei jedem Schritt wirklich super extrem aufmerksam bin. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert? Tja. Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass ich mich auf mein eigenes Urteilsvermögen, meinen gesunden Menschenverstand und meinen Geschmack verlasse und das Rezept anpasse. Keine Sorge, ich werde dieses Rätsel lösen. Hm, ich will mich auf Anweisungen verlassen können. Hm, ich weiß nicht. Manchmal ist es lustig zu improvisieren. Improvisieren? Das bedeutet, dass du etwas aus dem machst, was du im Moment hast. Das heißt so viel wie, wenn etwas nicht so läuft wie geplant, dann nimmst du, was du hast und versuchst das Beste daraus zu machen. Das gefällt mir. So lässt sich ein Rätsel sicher gut lösen. Wo wir gerade von Rätseln sprechen, ich hab eins für dich in meinem Garten. Hast du kurz Zeit? Na klar. Wow, die sind ganz schön groß. Sogar noch größer, als es auf der Packung beschrieben wird. Sind das wirklich Gänseblümchen? Natürlich, so steht es doch auf der Verpackung. Kann es sein, dass sie so aussehen, weil sie noch wachsen? Naja, ich bin kein Pflanzenexperte. Aber du weißt, wer einer ist. Ups, entschuldige, Bonny. Kein Problem. Na mal sehen. Ja, das muss es sein. Es ist Mais. Mais? Ich hab doch Gänseblümchen-Samen gesät. Vielen Dank, Bonny. Gern geschehen, Herr Bärchen. Aber, ähm, sind Sie sicher? Oh ja, wenn du nicht da gewesen wärst. Ich meine wegen, Sie wissen schon, der Gänseblümchen. Gänseblümchen? Nein, 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 nein. Mais. Oh, Weia. Was ist denn los? Du hast noch nie so traurig ausgesehen. Ich muss die Gänseblümchen-Samen falsch behandelt haben. Zu viel Wasser oder zu wenig Wasser. Oder zu viel Sonne oder sonst was. Oh, nicht doch. Du hast alles richtig gemacht. Das ist der beste Mais, den ich je gesehen hab. Du bist ein wahres Naturtalent. Na, kommt schon. Los, wir gehen zurück zur Bärchenfarm. Schöner Mais. Er hat doch mal eine ordentliche Größe. Das kannst du laut sagen. Er ist riesig. Hallo Bärchen. Hallo Emily. Hallo Emily. Schöner Mais. Ja, das wurde mir gerade gesagt. Vielleicht sollten wir ihn lieber ausgraben und woanders hin pflanzen. Bevor er dafür zu groß wird. Sie können nicht größer werden. Es sind Gänseblümchen, ganz bestimmt. So steht es doch auf der Verpackung. Tja. Ich bin hergekommen, weil ich einen Brief gekriegt hab. Von dem Autor des Meister-Muffin-Backbuchs. Ich hab ihm geschrieben. Wirklich? Aha. Ich hab geschrieben, dass sein Rezept bei mir nicht funktioniert hat. Also hab ich improvisiert. Ich hab schon oft Muffins gebacken und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so viel Backpulver benutzt hab. Daher hab ich es mit weniger versucht und die Muffins wurden besser. Also hab ich den Autor gefragt, könnte ein Fehler in ihrem Buch sein? Und was hat er geantwortet? Dass er nachgesehen hat. Und ja, da war ein Fehler. Im Rezept stand eine Tasse Backpulver, aber es sollte nur ein Esslöffel sein. Wow. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Also, dass im Backbuch ein Fehler ist. Ich hab die Muffins mit der richtigen Anweisung versucht und sie sind wirklich perfekt geworden. Er hat gesagt, dass sie sofort eine neue Auflage drucken ohne den Fehler und er schickt mir eine signierte Kopie. Das hört sich gut an, Emily. Man kann nie wissen. Vielleicht hast du alles richtig gemacht, aber die Verpackung war falsch. Hier, ich hab dir ein paar Muffins mitgebracht. Oh. Vielen Dank, Emily. Hab ich gern gemacht. Hör zu, ich muss wieder zurück. Ich backe immer noch. Wir sehen uns, Bonnie. Tschüss. Die Pflanzen, die gerade in meinem Garten wachsen und die ich versuche zu beschreiben, sehen kein bisschen aus wie Gänseblümchen. Okay, dann fasse ich das mal zusammen. Sie sagen lange Blätter. Ja, lange Blätter. Sie wiegen sich irgendwie nach unten, wie bei Maisstängeln. Ganz genau, wie bei Maisstängeln. Und Sie sagen lange Dinger, die ein bisschen wie Maiskolben aussehen. Nein, Sie sehen genau wie Maiskolben aus. Ich habe hier ein Foto von einer großen Maispflanze vor mir. Aus der offiziellen Enzyklopädie für Blumenfarmerzeugnisse und... Naja, ich kenne mich mit Mais nicht so aus, außer wenn ich Popcorn machen will. Aber pass auf, wenn du klein bist, die Dinger platzen mit einem Knall auf. Aber hier bei Magische Gänseblümchen, wo Gänseblümchen unser Geschäft sind und unser Motto Große Blumen für kleine Gärten lautet, nehmt ihr stark an, dass das, was in deinem Garten wächst, Mais ist. Aber wie ist das möglich, wenn ich ihre Gänseblümchen-Samen ausgesät habe? Genau das ist das Mysterium. Und ich muss Ihnen leider sagen, dass wir da... überfragt sind. Oh, oh, nein! Vor allem, weil bei Magische Gänseblümchen kein Mais verkauft wird. Bestimmt nicht. Aber es wird bald so weit sein. Wie bitte? Sie haben richtig gehört. Wir arbeiten an einem schnell wachsenden, übergroßen Mais für ein immer poppiges Popcorn. Wow, was für ein Knall, wenn die Maiskörner aufplatzen. Das geht ab wie ein Feuerwerk. Sobald wir rausgefunden haben, wie wir den Knall verhindern können, bringen wir ihn auf den Markt. Das wird die Antwort auf Ihr Mysterium sein. Ist das so? Jep. Ein paar der experimentellen Mais-Samen müssen in eine unserer Gänseblümchen-Verpackungen gekommen sein. Und die hast du gekauft. Oh, nein! Es tut uns allen sehr leid, was passiert ist. Wir schicken Ihnen einen Jahresvorrat von unseren Gänseblümchen-Samen als Wiedergutmachung von Magische Gänseblümchen, wo Gänseblümchen unser Geschäft sind und unser Motto große Blumen für kleine Gärten ist. Äh, dann vielen Dank. Ich weiß, Ihre Hilfe zu schätzen. Gute Nacht. Oh, nein! Was ist bloß? Hey, was geht hier vor? Also, guten Morgen alle zusammen. Ich habe euch alle hergebeten, damit wir uns gemeinsam eine Lösung dafür überlegen, was wir machen können mit... ...denen hier. Die sind ja riesig! Wollen wir denn damit machen? Bonnie hat doch gesagt, dass man daraus Popcorn machen kann. Ich finde, dass wir das unbedingt tun sollten. Ja, die Idee klingt gut. Von mir aus gerne. Na, dann legen wir mal los. Ha, okay, ja. Wir machen eine Popcorn-Party. Das hört sich fantastisch an. Wartet, wartet. Ich wünschte, ich hätte auf dich gehört, Emily, als du mir gesagt hast, ich soll sie umpflanzen. Jetzt hat mein Garten so viel Ärger verursacht. Nein! Das ist doch gar nicht so aufzustandet. Ja, doch mal verschießen. Ich fürchte, eine Popcorn-Party mit diesem Mais wäre keine gute Idee. Das sollten wir lieber lassen. Die Firma, die die Samen entwickelt hat, hat noch nicht rausgefunden, wie sie das Aufplatzen ohne den Knall hinkriegt. Oh je, wir sind ziemlich klein. Und diese Maiskolben, bärig groß. Ja, okay. Ich habe eine Idee. Wir könnten die Maisstängel ausgraben und sie wegschaffen, damit hier keine mehr nachwachsen. Gute Idee. Wir fangen auf der Stelle an. Diese Maiskolben müssen auch aus der Stadt verschwinden. Bevor sie reifen, ihre Samen verteilen und wer weiß, wo anfangen zu wachsen. Da ist was dran. Ich frage mich, wie weit wir sie wegschaffen müssen. Ich schätze so weit, dass die Samen uns nicht nochmal bedrohen können, falls sie wieder wachsen sollten. Klingt einleuchtend. Ja, finde ich auch. Aber Emily, wie sollen wir sie bewegen? Wir sind so klein und die sind so groß. Zu blöd, dass wir sie nicht essen können. Ich habe eine Idee, Orangella. Hast du noch Seile in deinem Laden? Na klar. Wieso? Okay. Also weg damit. Wieso? Na klar. Keinde. Das ist da. Bist? Bleiberg Pri角. nis. Anhalten! Da hinten. Ich glaube, das sollte weit genug weg sein. Oh nein! Emily! Honey! Komm schon! Wo sind sie denn hin? Keine Ahnung. Sie sind einfach verschwunden. Ich kann sie nirgendwo sehen. Wo sind wir? Wir sind in einer Art Höhle gelandet. Hey, was ist das? Rauch? Nein, es sieht aus wie Dampf. Vermutlich so was wie eine unterirdische Thermalquelle. Hey! Wir sind hier unten! Hey, Leute! Hier sind wir! Hilfe! Oh, ich hoffe, sie können uns hören. Kommt schon! Sie sind in die Richtung gerollt! Was denkst du, wie lange wir schon hier sind? Seit Stunden. Aber wenigstens können wir uns an diesem Dampf wärmen. Ich kriege Hunger. Ja, ich auch. Ich wünschte, ich hätte eine Idee, wie wir hier wieder rauskommen. Ich habe über so etwas noch in keinem meiner Bücher gelesen. Uns fällt schon was ein. Wir improvisieren. Was wir brauchen ist eine Leiter. So blöd, dass wir nur einen Maiskolben haben. Warte, was hast du gesagt? Improvisieren. Das ist es! Hey! Eine Maiskolbenleiter! Ja! Ja! Der Dampf von der Quelle macht ihn zu rutschig. Wenn die Quelle doch nur aufhören würde zu dampfen. Jetzt habe ich richtig Hunger. Ich frage mich, wie rohe Maiskörner schmecken. Warte! Wieso denn rohe? Weil es hier keine Küche gibt, in der wir ihn kochen könnten. Wir nutzen die Thermalquelle. Wir erhitzen den Mais, bis er aufplatzt. Und dann können wir ihn essen. Gut mitgedacht, Emily. Ja! Wuhu! Wir haben schon überall nachgesehen. Es ist, als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Das kann doch gar nicht sein. Dann sollten wir vielleicht gerade danach sehen, wo es keinen Sinn ergibt. Wie in der entgegengesetzten Richtung von da, wo wir sie zuletzt gesehen haben? Warum nicht? Na ja, wenigstens haben wir genug zu essen. Wir können immer wieder Popcorn machen. Popcorn, das ist es! Wir lassen alle Maiskörner aufplatzen, füllen damit die Höhle und lassen uns davon nach oben tragen. Oh, Bonny, wunderbar. Das ist eine grandiose Idee. Okay, komm schon. Wartet, hört ihr das? Ja. Seht nur! Wuhu! Was macht ihr beide denn da oben? Wir feiern eine Popcorn-Parshi und ihr seid eingeladen. Ja! Ja! Traumhaft süß, traumhaft gut. So gut, dieses Leben bietet alles, so viel Glück, so viel Mut. Glaube nur, wenn ich sag, schau dich um und du wirst sehen, es ist ein traumhafter Tag. So gut, einfach gut. So gut, einfach gut. Summe ein Lied und geh spazieren, pfeif ne Melodie, lass dich verführen. Lass dir von niemandem den Sonnenschein nehmen. Lass einen bunten Drachen steigen, dem Unmut darfst du Zähne zeigen. Glitzernd schön wie nie zuvor, dringt es an dein Ohr. Traumhaft süß, traumhaft gut. Dieses Leben bietet alles, so viel Glück, so viel Mut. Glaube nie, wenn ich sag, schau dich um und du wirst sehen, es ist ein traumhafter Tag. Einfach gut. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Vorsichtig, vorsichtig, langsam, langsam. Sch, Zitronella, du machst sie nervös. Keine Sorge, ich bin schon nervös. Das geht in die Geschichte ein. Der erste Regenbogen-Smoothie der Welt. Gleich ist er fertig. Das hast du toll gemacht, Emily. Wartet. Irgendwas fehlt. Ich hab meinen beerig liebsten Geschmack vergessen. Erdbeere. Okay, schnell, schnell. Der Erdbeer-Smoothie muss schnell gehen. Was? Das müsste doch Erdbeere sein. Zitrone? Wieso kommt da Zitrone raus? Ist das nicht der Orangenzapfern? Das ist Orangengeschmack, aber die Farbe ist falsch. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Geschmack? Kiwi? Melone? Spinat? Oh, oh. Ich war zu langsam. Seht nur. Oh nein. Das war's. Schade. Was wohl mit diesen Zapfhähnen los ist? Vielleicht stimmt etwas auf der Bärchenfarm nicht. Hm. Wow. Was ist das? Unglaublich. Fantastisch. Toll. Hallo, Emily. Prinzessin Bärchen. Wer ist dafür verantwortlich? Er. Wo kann er nun sein? Er ist da drüben. Schnappt ihn euch. Er verändert hier von allem die Farbe? Oh ja, allerdings. Er ist zwar winzig, aber seine bärigen Funken sind die besten. Hi. Hi. Aber ich dachte, eure bärigen Funken wirken nur bei Bären. Seine Funken wirken einfach bei allem. Wir haben so etwas bisher noch nie gesehen. Aha. Ich bin so etwas. Ja. Hier ist es dann. Ja. Hihihi. 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 Das Problem ist, die Bärenernte ist doch schon am nächsten Tag. Wenn er morgen auch noch einfach tut, was er mag, könnte es passieren? Oh, es ist so schrecklich, dass ich es nicht sag. Oh, oh, oh. Genau wie im Café. Oh nein, keiner wird erkennen, welcher Saft was für einen Geschmack hat. Was wäre, wenn ich für einen Tag Babybärchen zitten würde? Hm, das wäre wirklich eine große Hilfe. Dann wäre die Ernte gerettet, aber denke bitte nicht, das wäre unbedingt deine Pflicht. Ich mache es gern, Prinzessin Bärchen. Ja, gute Idee. Er ist so süß. Das wird lustig. Wir werden alle auf ihn aufpassen. Falls wir ihn einfangen können. Ich wäre euch ja so dankbar. Es ist mir ein Vergnügen. Die Aufgabe ist doch wie für uns geschaffen. Wie ist der Plan? Rennen wir ihm so lange hinterher, bis er müde wird und einschläft? Wir rufen... Hier gibt's Eis und schnappen ihn, wenn er sich eins holt? Hm. Aufteilen und umzingeln. Ja! 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 Hier drüben! Ich bin sicher, ich habe ihn hier irgendwo gehört. Ich auch. Wo kann er nur sein? Wir tun jetzt so, als ob wir aufgehen würden. Dann unterhalten wir uns über die Farbe dieser Bäre da. Vielleicht kommt er dann raus. Okay? Okay. Tja, Babybärchen ist einfach zu schlau für uns. Du hast ja so recht. Hä? Oh ja, ähm... Ich denke, wir machen uns lieber auf den Weg... Nach Hause. Genau, auf den Weg nach Hause. Da werden wir hingehen. Genau jetzt. Wartet. Seht euch diese Bäre an. Ihre Farbe ist ja ganz falsch. Ja, stimmt. Das ist sie tatsächlich. Ich finde, sie sollte... Blaubeerblau sein. Du hast ja so Unrecht. Orange ist viel schöner. Zitronengelb. Die mag ich am liebsten. Pflaumenlila. Pflaumenlila. Kimbär. Blau. Orange. Gelb. Blau. Orange. Erdbeer. Oh, wie schön. Toll. Mir gefällt sie. Hallo, du süßes Babybärchen. Hallo. Mein Name ist Emily Erdbeer. Und weißt du was? Erdbeerrot ist meine Lieblingsfarbe. Meine auch. Emily mit mir spielen. Emily mit mir spielen. Ich bin süß. Das hört sich lustig an. Aber sollten wir nicht die Prinzessin fragen, ob es okay ist? Fragen? Aha. Das bedeutet, dass du jemanden fragst, was er von dem hält, was du gern machen möchtest. Ich finde, dass es okay wäre. Babybärchen lernt vielleicht noch dies und das, wenn ich ihn mit dir den Tag verbringen lass. Tag mit Emily. Tag mit Emily. Also, na gut. Und was sagst du dann zu Emily? Dankeschön, Emily. Das mache ich bärig, bärig gerne für dich. Auf Wiedersehen. Oh, Emily. Das ist das süßeste Babybärchen auf der Welt. Es ist kein Problem, auf ihn aufzupassen. Er ist so ein Schock. Babybärchen, hast du die Farbe von dem Wasser verändert? Babybärchen? Oh, oh. Hi, Mädels. Was, was war das? Mein Haar ist so glitschig. Babyöl? Was? Nein, das ist die Flasche mit Pflegespülung. Warte, das ist wirklich Babyöl. Aber das Babyöl ist normalerweise in einer blauen Flasche. Was ist denn hier los? Oh, entschuldige. Er muss die Farben deiner Flaschen verändert haben. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Flasche welche ist. Ich wasche deine Haare nochmal, Floy, Emily. Entschuldige. Babybärchen. Jetzt muss Citronella nochmal von vorne anfangen. Wieso? Ich glaube nicht, dass er das versteht. Oh, oh. Wir sollten ihn lieber aufhalten. Und dann ist er noch ein dick. Und dann ist er. Aber wir sollten ihn bleiben. Also sehr, was ich. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Wir brauchen ihn nicht mehr. Oh, Sie sind wirklich ein Meister, Heropelius. Sie haben fast gewonnen. Nun ja, das wäre das erste Mal. Ich denke, ich habe endlich den Dreh raus auf meinem Minigolfplatz. Also ich muss sagen, es macht mir mächtig Spaß. Was ist mit meinem Ball passiert? Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist vor meinen Augen verschwunden. Oh, hier ist meiner. Aber irgendwie ist er grün geworden. Das ist doch die falsche Farbe. So kann man ihn nicht sehen. Das ist ja eigenartig. Duda, hast du irgendwas damit zu tun? Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder verloren. Sie armer Kerl. Sieht so aus, als wäre das Spiel ruiniert. Aber ich hätte doch fast gewonnen. Was denkst du, Himbeertörtchen? Ich finde ihn toll. Die Farbe steht dir gut. Ich finde ihn auch toll. Aber der andere ist genauso bärig schön. Willst du ihn nochmal aufsetzen? Ähm, ja, bitte. Stopp! Oh, komm wieder hierher! Warte auf, Emily! Na, was denkst du? Also den hier finde ich auch sehr gut. Aber, aber ich wünschte, ich könnte dir noch viel mehr Farben zeigen, Bonnie. Okay! Oh, nee! Ja! Ah! Bärchen! Babybärchen? Ja, Emily? Du musst immer erst fragen, bevor du die Farbe von den Sachen veränderst. Wieso? Ii, das beißt sich aber. Na ja, zum Beispiel. Wie findest du, sieht die Farbe der Mütze zu meinem Outfit aus? Bärchen! Auweia, er wird nie eine Zukunft im Modedesign haben. Wie kann man jemandem, der so jung ist, klar machen, dass alles, was man tut, sich auf andere auswirkt? Da ist er, da ist er ja! Er war es! Und ich war so nah dran, die Runde zu gewinnen. Auf meinem Minigolfplatz. Ja, das ist es, ihr Minigolfplatz. Dürfen wir mit Babybärchen da spielen gehen? Ja, 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 ja! Aber, 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 er verändert die Farben der Bälle und man kann nicht mehr spielen. Ganz genau. Gehen wir. Oh, aber! Vertrauen Sie mir, Herr Raupelius. Es wird funktionieren. Sie erweisen unserem kleinen Ort einen bierig großen Gefallen. Er, ja, ja! Er, ja, ja! Herr Raupelius jar kammer! Er, das ist nicht so schlimm. Aber ist es geht um, dass es nicht so schlimm ist. Der schieft sie dich in Schatzung. Bewusstsein. Es wurde nicht so schlimm. Oh! Was ist das schoss mit Schlafen? Er war die Schrauben. Er, oder? Seien Sie vorsichtig, Fräulein Erdbeer. Das sind die letzten nicht grünen Golfbälle, die ich habe. Ich weiß. Danke, dass wir sie benutzen dürfen. Keine Sorge, wir werden bärig vorsichtig sein, oder Babybärchen? Also, was sagst du? Würdest du es gern versuchen? Oh, oh, ja, bitte. Okay, Babybärchen, versuche deinen Ball, die Rampe hoch und durch die Windmühle zu schlagen. Ungefähr so. Toll, toll, Emily! Dankeschön, jetzt bist du dran. Oh! Keine Sorge, du hast noch einen Versuch. Aber zuerst ist Bonny an der Reihe. Oh! Oh je, was soll ich denn jetzt nur machen? Was ist das Problem, Bonny? Ich kann nicht weiterspielen. Wieso? Weil das hier nicht mein Ball ist. Mein Ball ist blau. Emily, ist das deiner? Oh! Nein, das kann nicht meiner sein. Meiner ist schon durchgegangen. Bin ich dran? Bin ich dran? Tut mir leid, Babybärchen. Aber wir können nicht spielen, wenn wir nicht wissen, wem welcher Ball gehört. Ach, tut mir leid, Fräulein Erdbeer. Vielleicht ein andermal. Oh, komm mit, Babybärchen. Dann machen wir eben was anderes. Spielen! Ich will Minigolf spielen! Bitte, Emily! Na ja, wir können nur weiterspielen, wenn wir wissen, welcher Ball wem gehört. Wenn es doch nur irgendeinen Weg gäbe, wie Babybärchen wieder ihre Farben zurückbekommen könnten. Ich weiß einen! Ich weiß einen! Ich kann die beirrigen Funken entfernen und sie wieder zurückverwandeln, Emily. Versprochen! Wirklich? Das wäre toll! Ja, jetzt können wir weitermachen. Toll! Du hast es geschafft! Hurra! Ach, Bril, ja! Richtig gut! Ja! Ja! Sag mal, kannst du uns helfen? Es war so toll, dass du die beirrigen Funken aus den Golfbällen entfernt hast. Ginge das mit den anderen Sachen, die du verändert hast, auch, sodass alles wieder so aussieht wie vorher? Ja, ja, ja! Tja, siehst du, die beiden sehen gleich aus. Und weil sie die gleiche Farbe haben, kann ich den weichen Baumwollstoff nicht von kratzigen Leinen unterscheiden, bis ich sie anziehe. Was soll ich nur tun? Oh, ich weiß es nicht. Hey, hast du eine Idee? Hm, ja! Danke schön, Babybärchen. Jetzt sehe ich wieder den Unterschied. Was sagen wir da? Gern geschehen, Himbeertörtchen! Wirklich gut! Ich wusste nicht, welcher Nagellack oder welches Farbemittel das richtig ist. Ich sehe furchtbar aus! Was ist mit Zitronella? Sehr schön! Ja, es ist gut, dass du sie schön findest. Aber sie gefällt sich selber nicht. Oh, nein? Nein. Weißt du, jedem gefallen andere Sachen. Und Zitronella fand es schön, wie sie aussah, bevor du sie verändert hast. Ah, okay! Sehr schön! Vielen Dank, Babybärchen! Gern geschehen, Zitronella! Gern geschehen, du bist der erste, der meinen Regenbogen-Smoothie kriegt. Jetzt, wo die Farben wieder zum Geschmack passen, ist er endlich fertig. Sehr schön und lecker! Ich danke dir. Freut mich, dass er dir gefällt. Oh, das ist wirklich hübsch! Vielen Dank, Emily! Oh, die Farbe, die ich will, ist gar nicht hier. Oh! Genau! Kannst du diesen Stift vielleicht in eine Farbe verwandeln, die ein bisschen mehr so aussieht? Äh, äh. Wieso nicht? Mit bärigen Funken Farben verändern ist schlecht. Oh, Babybärchen! Deine Funken sind nicht schlecht. Sie sprühen geradezu. Es ist wundervoll! Ist es das? Ja, das ist es! Du musst nur nachdenken, bevor du es tust. Denk daran, wie sich andere Menschen dabei fühlen. Du, Emily! Ja? Was ist, wenn ich es nicht weiß? Na ja, dann fragst du sie eben einfach. Ist das okay? Oh, bärig okay. Oh, ist die schön! Vielen Dank, Babybärchen! Hab ich gern gemacht, Emily! Babybärchen, Babybärchen, Babybärchen! BR 2020 BR 2020 BR 2020 BR 2020 BR 2020 BR 2020 never win Wartet, Leute! Nicht so schnell! Habt ihr schon etwas entdeckt? Nein, leider noch nicht! Hast du sie gefunden? Hattest du sie noch? Ich nicht! Hier drüben ist sie auch nicht. Hier ist sie auch nicht. Oh je, sie könnte so ziemlich überall sein. Deswegen wird sie ja auch Wanderbeere genannt. Wir sollten sie aber bald finden. Ja, wir brauchen sie für das Bärenfest-Schlemmeressen morgen. Aber früher oder später werden wir sie finden. Das ist immer so. Na ja, die Regeln besagen, dass die Bärenfest-Prinzessin für die Suche nach der Wanderbeere verantwortlich ist. Und du bist die Bärenfest-Prinzessin dieses Jahr. Also musst du uns sagen, wo wir suchen sollen. Wir folgen deinen Befehlen, oh wunderbare Chefin. Nun gut, ihr treuergebenden Bärenjäger. Als eure allerbierigste Chefin befehle ich euch, dass ihr... Hm, ähm... Zum Beispiel da drüben suchen sollt. Ich möchte dir nur ungern widersprechen. Aber die wirklich fantastischen Pflanzen wachsen da drüben beim Bach. Ich wette, sie ist dort. Ich habe irgendwo gelesen, dass Wanderbeeren Schatten mögen. Deswegen sollten wir unter den hohen Blumen dort nachgucken. Ich bin mir total sicher, dass wir sie da drüben irgendwo finden. Wanderbeeren brauchen doch Sonne. Bestimmt ist sie da hinten. Tja, sie waren wohl alle anderer Meinung als ich. Ich habe das Gefühl, dass wir sie dort finden könnten. Nur so eine Idee, aber mein Bauchgefühl lügt fast nie. Kommt mit, ihr zwei. Okay, Schnuschönchenplätzchen, haltet die Augen offen. Es wächst immer nur eine einzige Wanderbeere. Und sie könnte einfach überall sein. Vielleicht direkt vor unseren Nasen. Oh, da ist sie. Die einzigartige und einzig wahre Wanderbeere. Ist das nicht das Bärisch-Schönste, was ihr je gesehen habt? Ganz vorsichtig, Plätzchen. Diese Bäre ist unser Nachtisch beim großen Bärenfest Schlemmer-Essen. Wow, ist alles in Ordnung, Herr Bärchen? Ja, danke schön, Fräulein Emily. Es hat kurz geholpert. Da bin ich wohl gestolpert. Dabei suche ich doch die... Ah, du hast sie ja gefunden. Das ist ja unglaublich. Das ist ja ein großartiges Exemplar dieses Jahr. Vielleicht die größte Beere, die ich je sah. Die Farbe ganz satt, die Form sehr fein. Die Beschaffenheit könnte nicht besser sein. Oh, und das Aroma. Oh ja, durch und durch gelungen. Schnuschönchen, nein. Brav, mein Kätzchen. Wir müssen behutsam damit umgehen, weil es immer nur eine einzige köstliche, nahrhafte Wanderbeere gibt. Und es passt sehr gut, dass du als unsere neue Bärenfest-Prinzessin sie für uns gefunden hast. Gefunden? Wer hat sie gefunden? Emily. Emily hat sie gefunden. Ach, da ist sie ja. Sie hat wieder Emily gefunden. Oh, wir sind kostisch. Seht sie euch an. So was habe ich noch nie gesehen. Einfach unglaublich. Wirklich außergewöhnlich. Na los, worauf wartest du? Komm schon, ich will. Bitte, bitte, lass mich. Moment, ihr kennt doch die Tradition. Die Bärenfest-Prinzessin höchstpersönlich pflückt die Bäre. Oh, ich wusste das natürlich. Ihr etwa nicht? Ja, klar. Ich wollte die Nummer übern, ob du das auch war. Ja, wusste ich das. Prinzessin Emily, darf ich bitten? Es wäre mir eine Ehre. Äh, ich weiß nicht. Oh, ich mache mich. Du schitterst. Los, Emily. Mit einem herzlichen Rumpf. Ja, genau. Ja. Oh, ja. Juhu. Oh, oh. Seht doch. Die Pflanze verschwindet. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Genau in diesem Moment wächst irgendwo anders eine neue Wanderbeere. Das könnte hier und überall sein. Aber wo genau das ist, das bleibt ganz lange ungewiss. Diese Beere ist ganz schön schwer. Wir werden alle mit anpacken müssen, um sie zurück zu transportieren. So, seid ihr jetzt alle bereit? Ja, bereit! Oh, und Fräulein Eppi? Was ist denn los? Habt ihr das gehört? Ich habe überhaupt nichts gehört. Ich auch nicht. Ich auch auch nicht. Aber hört doch, es ist nicht weit entfernt. Oh, da ist es wieder. Unglaublich wunderschön. Oh, das ist wirklich ein lieblicher Klang. Also, ich kann immer noch nichts hören. Ich höre meinen Magenknurren, weil ich an unser Picknick morgen und diese leckere Beere zum Nachttisch denke. Oh, jetzt hat es aufgehört. Ich frage mich, wieso? Ich weiß nur, dass wir diese Beere ins Dorf kriegen müssen. Du hast ja recht, Orangella. Dann wollen wir mal. Und wie sollen wir jetzt die Beere transportieren? Ja. Was sollen wir tun, oh unsere Chefin? Ich denke, wir werden sie einfach tragen müssen. Aber dieses Ding wiegt doch mindestens viel zu viel. Wir schaffen das schon. Na los, alle zusammen, Mädels. Passt alle an. Gut, los geht's. Okay, Leute. Wir zählen bis drei. Eins, zwei, drei. Wir sollten uns beeilen. Es wird schon dunkel. Hier draußen dürfen wir sie nicht liegen lassen. Wir müssen sie noch heute ins Dorf bringen. Jawohl, die Tradition muss schließlich gewahrt werden. Au. Ruck. Au. Ruck. Kann ich eine kleine Pause machen? Ich auch. Ich denke, wir brauchen alle eine Pause. Wir atmen alle mal durch und dann geht's weiter. Können wir sie nicht einfach hier lassen? Ja, nur für heute Nacht. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bitte, Emily. Ähm, es ist Tradition, dass sie auf der Bärchenfarm aufbewahrt wird. Deshalb machen wir uns wieder auf den Weg. Oder? Ah, ja, das stimmt wohl. Aber da du die Bärenfestprinzessin bist, ist es deine Entscheidung, was damit passiert. Ich weiß ja, dass ihr alle bärig müde seid. Das Picknick morgen findet doch sowieso hier statt. Ja, das stimmt. Dann müssten wir die Bäre ja wieder herbringen. Ja? Ja, dann ist es wohl okay, wenn wir sie hier lassen. Oh, Plätzchen, Schnuschönchen. Hört ihr das auch? Heute klingt es irgendwie anders. Fast so, als ob irgendwas nicht stimmt. Vielleicht sollten wir mal nachsehen, ob mit dem Vogel alles in Ordnung ist. Emily! 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 Es ist eine Katastrophe! 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 Was denn? Was ist passiert? Ist es schlimm? Komm mit und schau es dir an. Wieso sagt ihr mir denn nicht was? Oh, nein! Ist hier alles in Ordnung? Die Bärchen haben mir gesagt, dass... Oh, nein! Bitte nicht! Wir wurden von Kaninchen bestohlen! Das ist doch nicht zu fassen! Und sie haben fast die ganze Bäre verspeist! Oh, ich hab mich doch schon den ganzen Tag so bärig doll auf den bärigen Nachtisch gefreut. Ohne die Bäre wird es nicht das richtige Bärenfest sein. Ja, das ist doch Tradition. Als die Alte verschwunden ist, entstand doch irgendwo eine neue. Hab ich nicht recht, Herr Bärchen? Ja, äh, das stimmt wohl, das stimmt. Na, klasse! Dann werden wir ja doch eine Wanderbäre haben. Fantastisch! Oh, ja! Hurra, das ist super! Und worauf wartest du noch? Wir müssen sie suchen gehen. Ich glaube, mit diesem Vogel stimmt was nicht. Ich glaube, er braucht mich. Ich glaube, wir brauchen dich. Weißt du was? Sie hat recht. Hier sind schließlich noch jede Menge Dinge zu erledigen. Und du bist die Bärenfest-Prinzessin dieses Jahr. Also bist du auch für alles verantwortlich. Du musst die Blumen bei der Show bewerten. Und der Bärchen-Band bei dem Konzert helfen. Und das Bärenfest-Schlammer-Essen muss auch noch geplant werden. Bis wir eine neue Wanderbäre haben, kannst du sowieso nichts anderes machen. Du bist hier die Chefin. Du musst entscheiden, was zu tun ist. Ist ja gut, ist ja gut. Ich werde es euch sagen. Orangela, du hilfst der Bärchen-Band beim Aufbau für das Konzert. Wart gemacht. Zitronella, du organisierst die Blumenshow und triffst schon mal eine Vorauswahl. Schon unterwegs. Himbeer-Törtchen, Fläumeli, Bonny, ihr helft mir das Essen für das Schlemmer-Essen vorzubereiten. Und ihr? Ja. Ihr geht bitte nach der neuen Banderbeere-Ausschau halten, okay? Ja, kein Problem. Das wird erledigt. Du kannst dich auf uns verlassen. Wie viele sind das jetzt? 46? Ähm, 47. Gut. Wir brauchen ungefähr noch 10 Stück. Ich bin fertig mit den Blumen. Soll ich hier noch was helfen? Oh, du kannst uns bei den Sandwiches helfen. Ja! Die Bärchen-Band ist so gut wie startklar. Kann ich doch was tun? Wir können jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Du und ich können schon mal den Obstsalat machen. Seht ihr? Alles wird gut. Solange wir zusammenarbeiten, kann uns nichts aufhalten. Habt ihr die Wanderbeere gefunden? Wir haben sie über einmal gesucht. Zweimal oder sogar noch mehr. Wir konnten sie nicht finden. Das tut uns leid. Wirklich sehr. Oh nein. Wir können doch kein Bärenfestschlemmeressen veranstalten ohne die Wanderbeere. Es ist schon fast Zeit für das Picknick. Und du musst auch noch einen Sieger bei der Blumenshow küren. Und das Konzert findet ja auch noch statt. Also was machen wir jetzt, Emily? Was wirst du jetzt tun, Emily? Ja, du bist hier die Chef. Sag schon, Emily. Was wird jetzt passieren? Was sollen wir tun? Ja, genau. Was? Ich weiß es nicht. Ich brauche mal eine Minute zum Nachdenken und zwar ganz allein. Liegt das an mir oder wirkte sie tatsächlich etwas gestresst? Oh, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist alles einfach zu viel für mich. Oh, da ist wieder die Musik. Ich glaube, es kommt aus der Richtung, nicht wahr? Es hört sich so an, als hätte jemand ein Problem. Ich sollte wirklich mal nachsehen. Oh, aber sie warten alle auf mich. Was mache ich denn nur? Oh, es ist so schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Das ist wahrscheinlich nicht einfach, oder? Oh, ich möchte, dass alle zufrieden und glücklich sind. Aber jeder will etwas anderes von mir. Ich weiß einfach nicht, wem ich zuerst zuhören soll. Du wirst schon das Richtige tun. Mach dir keine Sorgen, dass die anderen nicht deiner Meinung sein werden. Höre auf dein Herz, Emily Erdbeer. Es ist rein und gut. Dankeschön. Ich sage deinen Freunden, dass du noch ein paar Minuten brauchst. Ich weiß ganz genau, was ich tun muss. Ich muss diesen Vogel finden, aber... Oh, wo ist der nur? Findet ihr, er hört sich schwächer an? Es klingt, als käme es aus dieser Richtung. Los, ihr zwei. Jetzt aber schnell. Ich kann ihn immer noch hören. Er ist hier irgendwo ganz sicher. Du schaffst das, Plätzchen. Na also, und jetzt schnell weiter. Ich glaube, wir kommen immer näher. Oh, jetzt höre ich ihn nicht mehr. Ihr etwa? Oh, wo könnte er nur sein? Was ist denn, Schnurrschönchen? Oh, du hast die Wanderbeere gefunden. Sie ist etwas kleiner als die andere. Aber trotzdem berig wunderschön. Ich werde aufpassen, diese nicht auch zu verlieren. Emily! Du hast sie gefunden! Wir haben uns schon Sorgen um dich gemacht. Wir wussten ja nicht, dass du die Bäre ganz alleine suchen willst. Haben wir ein Glück, dass du dieses Jahr die Bärenfestprinzessin bist. Los, kommt! Bringen wir sie ins Dorf. Wartet einen Moment. Äh, wieso sollen wir warten? Weil ich erst noch diesen Vogel finden will. Weißt du, wo er ist, Plätzchen? Da ist er ja! Oh, armer kleiner Kerl. Oh nein, der sieht ja ganz schön geschwächt aus. Was ist denn bloß los mit ihm? Das weiß ich auch nicht genau. Du meine Güte, er hat sich total verheddert. Kannst du ihn befreien, Emily? Ich glaube schon. So, bitte sehr. Du bist frei. Na los, kleiner Vogel, jetzt kannst du wegfliegen. Wir müssen die Bäre nach Hause bringen. Äh, Emily? Kommst du mit? Irgendwas stimmt doch nicht. Oh, er kann nicht fliegen. Was hat er denn? Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht ist ja sein Flügel verletzt. Oh, wir sollten schnell zurück und einen Doktor holen. Oder wir bauen eine Trage und bringen ihn nach Hause. Ja, das sind bärig gute Ideen von euch, aber... Was ist mit dir los? Hast du vielleicht Hunger? Äh, Emily? Die ist für das schlimme Essen. Denk daran. Wir gucken mal, ob er das mag. Und, fühlst du dich schon besser? Hier hast du noch mehr. Oh, Emily, du solltest ihm nicht alles geben. Wir könnten doch Samen oder so für ihn suchen. Aber das funktioniert doch sehr gut. Es ist eine ganz spezielle Pflanze, denn die Wanderbeere ist besonders nahrhaft und gesund. Wenn wir die Beere nicht zu den anderen bringen, werden sie ganz bestimmt sehr enttäuscht sein, Emily. Wenn das so ist, dann tut mir das leid. Aber das hier ist das Richtige. Ganz bestimmt ist es das. Aber woher weißt du das so genau? Naja, hundertprozentig weiß ich das nie. Aber wenn ich auf das höre, was ich fühle, ist das wohl die beste Entscheidung. Ich denke, das ist es, was man Verantwortung nennt. Ich habe alle Ideen gegeneinander abgewogen. Aber ich muss jetzt tun, was sich richtig anfühlt. Auch wenn damit nicht alle einverstanden sind. Ah, du könntest keine bessere Entscheidung treffen. Der ist wirklich hübsch, oder? Ja. Irgendwie wunderschön. So, mein kleiner Kerl. Diese Beere war genau das Richtige für ihn. Ich bin froh, dass wir auf dich gehört haben. Denn wir hätten uns niemals einigen können, was zu tun ist. Deswegen bist du auch die Prinzessin, weil du an einer guten Idee festhältst, auch wenn alle anderen nicht deiner Meinung sind. Dankeschön, Mädels. Emily, guck mal da. Was ist denn da? Jetzt werden wir wohl trotzdem ein Bärenfest-Schlemmer-Essen haben. Seid ihr alle bereit für den Nachtisch? Ja. Ich glaube, es ist genug für jeden da. Ja, ja. Ja, ja. Aber zuerst, zuerst meine Freunde. Sollten wir unserer wundervollen Gastgeberin und Bärenfest-Prinzessin für das Schlemmer-Essen danken. Ja. Danke. Ja, danke. Danke, liebe Freunde. Ich bin so froh, dass... Das... Was ist denn, Emily? Bist du sprachlos? Nein. Hört doch. Das kenne ich. Das ist das Lied, das er auch beim ersten Mal gesungen hat. Nein. Ich denke, es ist noch etwas anders. Dieses Lied singt der einzig und allein für dich. Wahre Freunde bleiben für immer, sind für immer stark wie nie. Wahre Freunde sind verbunden, wie im Lied die Melodie. Bin ich mal traurig, dann bringt dein Lächeln mich nach Haus. Ob nah, ob fern, wo immer du bist, bin ich auch. Beste Freunde wähl ich beste Zeiten. Wenn sich Freunde wählen, weiß ich, ich kann auf dich zählen. Wahre Freunde bleiben für immer, sind für immer stark wie nie. Wahre Freunde sind verbunden, wie im Lied die Melodie. Bin ich mal traurig, dann bringt dein Lächeln mich nach Haus. Ob nah, ob fern, wo immer du bist, bin ich auch. Vierdkeitsstattorf. BR 2018 BR 2018 Hey, Orangela, dein Mittagessen ist fertig und eingepackt Danke schön, Emily Äh, lesen Sie gerade, was ich denke, dass Sie lesen? Die Gelumpegeist-Geschichte Bleib doch hier und hör dir das Ende an Äh, nein, lieber nicht Der Anfang und die Mitte reichen mir schon völlig Und was hat der Gelumpegeist nochmal gesagt? Wacki, wacki, wacki Das macht noch viel Spaß So was sollten Sie dir öfter machen, wie ich nachher aussehe Oh ja, das ist so lustig Magda, was war eine tolle Idee Ich freue mich so, dass du das Allertollste unter den Sternen Haar-Styling aller Zeiten veranstaltest Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen, als so einen Abend zu verbringen Oh Mann, ich kann es wirklich kaum erwarten, zu sehen, wie meine Haare geworden sind Das ist so super aufregend Himbeertörtchen, wenn ich mit dir fertig bin, werden sie komplett anders aussehen als vorher Ihr wollt Aufregung? Also ich bin nur hier, um mich zu entspannen Oh, ich hatte eine anstrengende Woche Ich bin nur hier, um mich zu entspannen Oh, es ist klar Oh, whoa! Wir kommen zum Umspannen B appelle es die Sometimes Was ist los? Was soll denn das jetzt? Ähm, Zitronella? Ich glaube, jemand hat das Licht ausgemacht Also, an ist es Die Haartrockner sind auch ausgegangen Daher vermute ich mal, dass wir es hier mit einem Stromausfall zu tun haben Es ist überall, Dunkel Hier drin und ähm Auch da draußen Auf der Bärchenfarm stimmt wohl etwas nicht Ich gehe lieber mal rüber und sehe nach, ob ich helfen kann Die Verbindung zum Saftrotrücken in Bitsi-Bärchenhausen muss defekt sein Wir gehen da hin und reparieren das Ding Passt ihr hier lieber so lange auf die Babybärchen auf, bis wir den Strom wieder angekriegt haben? Ja, natürlich Habt keine Angst, ich bin ja hier Bereit das Kommando zu übernehmen und das Problem zu beheben Also, ihr Lieben, folgt mir Kommen Sie mit, Heropelius Das Problem werden Sie da hinten nicht finden Es ist bei der Verbindung zum Saftrohr Oh, oh ja Ich hab mir natürlich gedacht, dass wir das auch noch überprüfen Und was soll ich jetzt machen? Ich kann doch nicht stylen, wenn ich nichts sehe Wir sollten rausgehen und nachsehen, wieso der Strom ausgefallen ist Vielleicht brauchen die Bärchen unsere Hilfe, um ihn wieder anzustellen Du willst da rausgehen? Ja? Ähm Vielleicht sollten wir lieber hier drinnen warten Was ist denn los, Orangela? Beschäftigt dich irgendwas? Äh, ich denke Ich denke, ich hab einfach nur ein bisschen Angst Du? Aber du bist sonst von uns immer die Letzte, die vor irgendetwas Angst hat Oh, ähm Wirklich? Sicher, na klar Erinnerst du dich noch daran, wie du die Frucht von dem super hohen Ast geholt hast? Und du warst die Einzige, die mutig genug war, in den See zu springen Außerdem bist du auf dem Seil balanciertes über... Äh, nicht so wichtig Du hast eigentlich vor gar nichts Angst Kann sein, aber jetzt hab ich Angst Und ich denke wirklich, wir sollten hierbleiben Fürchtest du dich denn etwa vor der Dunkelheit? Ich fürchte mich absolut kein Stück vor der Dunkelheit Das hätte mich auch sehr gewundert Ich fürchte mich vor den Dingen, die vielleicht da draußen in der Dunkelheit sind Dinge? Was für Dinge? Sowas wie der Mond und die Sterne? Dinge wie... Naja... Gelumpegeister Okay Leute, hört jetzt auf damit, sie meint es ernst Es tut mir leid, Orangella Hast du wirklich Angst vor Gelumpegeistern? Vor denen aus der niedlichen Geschichte, die ich neulich erst in Babybärchen vorgelesen hab? Aber nicht mal sie haben Angst vor ihnen Tja, ich schon. Aber Gelumpegeister existieren doch gar nicht. Das ist nur eine doofe Geschichte. Aber, aber, woher willst du wissen, dass es nur eine doofe Geschichte ist? Na, weil, 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 ähm, Bonnie? Naja, es kann auf jeden Fall nur eine erfundene Geschichte sein, weil, weil sie doch bei den Romanen steht. Bei den ganzen Fantasy-Geschichten in meinem Buchladen. Aber wenn Leute solche Geschichten erfinden, basieren die dann nicht manchmal auf Tatsachen? Kann sein. Ja, sowas kommt vor. Und leider ist es eine sehr alte Geschichte. Ich kann den Autor also nicht danach fragen. Ich wusste es doch. Seht ihr? Vielleicht existieren Gelumpegeister nicht wirklich, aber woher wollt ihr das sicher wissen? Woher wollt ihr wissen, dass sie nicht da draußen sind? In der... Dunkelheit. Weil, ähm, naja. Ach, komm schon. Ich war schon so oft in der Dunkelheit und hab noch nie einen gesehen. Na, das geht ja auch nicht. Man kann sie nicht sehen. Ich meine, wenn sie wirklich existieren würden, wäre es fast unmöglich, sie zu sehen in der Dunkelheit, weil es ja dunkel ist. Hinzu kommt noch, dass sie sehr gut daran sein könnten, sich zu verstecken. Da draußen. Vor der Tür. In der... Dunkelheit. Ach, hört schon auf. Das ist Unsinn. Eins, zwei, drehen! Denkt ihr, das ist vielleicht einer von Ihnen? Wartet mal eine Minute. Woher wissen wir denn, dass es ein Gelumpegeist ist? Genau. Ich dachte, sie machen so Laute wie Wogi, Wogi, Wogi. Tja, was auch immer es ist, lasst uns dafür sorgen, dass es draußen bleibt und nicht zu uns reinkommt. Seid kurz ruhig. Hört ihr? Es hat aufgehört. Gelumpegeist. So etwas gibt es doch nicht, ja? Ihr sollt sie drehen, sagte ich. Sie hat dich gehört, Bony, und der antwortet auch noch drauf. Hm. Meiner Meinung nach ist das ein Fall für den hammerstarken schraubenden Zwingerschwinger. Was ist das? Das klingt irgendwie nach... Nachschrecken. Ihr kommt her! Müsstet euch! Ich hab euch doch gesagt, dass es ein Gelumpegeist ist. Es gibt sie wirklich. Ja, das ist einer. Hier ist sie da und her. Oh nein! Du hattest recht. Kann ich euch vielleicht irgendwie helfen? Hm. Eins, zwei, drei. Oh, hartnäckiges Ding. Nun ja. Wir können nichts anderes tun, als die Verbindung zum Saftrohr auseinanderzunehmen und von Grund auf wieder neu aufzubauen. Herr Raupellius, vielleicht schaffen es die Bärchen selbst einen Weg zu finden, um das Rohr frei zu kriegen. Ohne meine Führungskraft. Aber was soll ich denn dann machen? Ich habe eine andere Aufgabe für Sie, die bärig wichtig ist. Was Sie nicht sagen, ich stehe zu Ihren Diensten voll an Erdbeer. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir brauchen jemanden, der allen in Bitsi-Bärchenhausen sagt, dass die Bärchen an dem Problem arbeiten und dass der Strom noch ein wenig länger aus sein wird. Sie sind genau die richtige Raupe, um allen Bescheid zu sagen. Jawohl, das bin ich. Ich bin schon unterwegs. Durchführung des Saftrohrverbindungsplans 007-61. Das war ja ein toller Plan. Wirklich gut gemacht. Was denkt ihr, wird der Gelumpegeist als nächstes tun? Was ist, wenn er Hunger hat? Und was fressen will? Fressen? Denkt ihr, dass er vielleicht fressen mag, dass Schmitt wie, wie, wie er? Ich habe bisher noch nirgendwo gelesen, dass Gelumpegeister so etwas wie uns fressen. Aber ich habe auch nirgendwo gelesen, dass sie so etwas wie uns nicht fressen. Das klingt so, als käme es von Orangellas Laden. Die Gelumpegeist-Sicherheitsfalle, die ich vor meinem Laden angebracht habe. Ich habe damit einen von ihnen gefangen. Was ist passiert? Was ist denn da auf mich gefallen? Entschuldigung, Verzeihung. Oh, ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Könnte mir bitte mal jemand helfen? Hallo? Ist er gefangen, Orangella? Ist er, ist er, ist er? Er kommt uns immer näher. Dann können wir nur noch eins tun. Wegrennen? Nein, wir müssen den Schönheitssalon auf jeden Fall verteidigen. Hier sind keine Gelumpegeister erlaubt. Hier sind keine Gelumpegeister erlaubt. Ich habe irgendwann mal ein Buch über versteckte Fallen gelesen. Also, dann machen wir das, was in dem Buch stand, doch einfach nach. Was kommt denn als erstes, Bonnie? Ein Eimer mit Flüssigkeit über der Tür. Diese Falle kennt doch einfach jeder. Hoffentlich kennt sie der Gelumpegeist nicht. Lasst mich das machen. Ich bin ein Profi in sowas. Erstens, einen Eimer mit Wasser holen. Nein! Es geht leider nicht anders. Wenn der Gelumpegeist reinkommt... Kavum! Das ist gut. Oh ja, das klingt gut. Und was kommt jetzt? Wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir den Gelumpegeist aus dem Gleichgewicht bringen. Ah! Superglitschige Schönheitsgel für wahre Kunstwerke. Ich bin aus Versehen mal draufgetreten und bis rüber zu Emily gerutscht. Passt jetzt auf, wo ihr hintretet. Okay, dann müssen wir uns noch überlegen, wie wir den Gelumpegeist wieder loswerden, wenn er erstmal hier drin ist. Ach! Hast du eine Idee? Mein Kopf tut weh. Ich glaube, das kommt vom vielen Nachdenken. Hm. Wartet, ich hab es. Hat jede von euch ein Haargummi? Also ich ja. Hier ist noch eins. Ich hab sogar zwei. Und ich hab auch eins. Stell dich da hinten hin, bitte. Und du stellst dich bitte auf die andere Seite. Haltet es gut fest. Ich hab es gleich. Okay. Der Gelumpegeist kann jetzt ruhig kommen. Er ist vor der Tür. Zitromäller, bist du da drinnen? Er kennt meinen Namen. Der Gelumpegeist! Der Gelumpegeist! Oh, Angela! Feuer frei! Rage das los! Aber was ist, wenn er zurückkommt? Wieso sind die Mädels nicht gekommen, um zu helfen? Gewöhnlich machen sie das bei einem Stromausfall. Ich sollte lieber mal nach ihnen sehen. Ja, bis hin, bis hin, bis hin, bis hin, bis hin! Gelumpegeist, 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 Gelumpegeist! Nur mal ein Gelumpegeist bei Citronella. Oh, danke vielmals. Gut zu wissen, dass das Licht wieder funktioniert. Was sollte das denn gerade mit dem Gelumpegeist? In Citronellas Salon, die armen Mädchen. Ich habe versucht, sie zu retten, aber ich wurde komplett gelumpt. Aber Gelumpegeister gibt es doch nicht. Aha, die kommen nur noch eine Geschichte vor. Das eben war aber definitiv einer von ihnen. Wir müssen etwas unternehmen. Habt ihr einen Plan? Nein, 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 nein. Wir haben es hier mit einem Riesengelumpegeist zu tun. Schon viel besser. Alle mir nach. Wuggi, Wuggi, Wuggi! Folgt mir! Ihr sollt mir folgen. Wuggi, 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 Wuggi! Wuggi, Wuggi, Wuggi! Oh nein! Der Gelumpegeist kommt wieder zurück. Und es klingt so, als würde er Freunde mitbringen. Sogar sehr viele Freunde. Es gibt nur noch eine Sache, die wir tun können. Wir müssen ihm gegenübertreten. Ihm zeigen, dass wir uns nicht vor ihm fürchten. Auch wenn wir es eigentlich tun. Das ist die richtige Einstellung. Ich zähle bis drei. Eins, zwei. Auf drei oder nachdem du drei gesagt hast? Oh, weißt du, das habe ich mich auch eben gefragt. Ja, ich fände es schrecklich, wenn ihr auf drei rennen würdet und ich hier stehe und darauf warte, dass ihr endlich drei sagt. Vielleicht können wir ja auf vier rausgehen. Vier ist eine gute Zeit. Ja, gut. Ja, jetzt machen wir es. Okay. Vier! Los! Los! Hey, schlafen Sie alle! Warte! Was ist denn nur hier los? Zitronella, wieso ist das Licht in deinem Salon immer noch aus? Die Bärchen haben das Problem doch schon vor einiger Zeit behoben. Der Strom funktioniert wieder? Ach du liebe Faulbäre, ich hatte das Licht ausgeschaltet. Entschuldigt, Mädels. Was habt ihr denn alle? Hier war vorhin ein Gelumpegeist. Und wir haben ihm Fallen gestellt. Aber er ist zurückgekommen. Nein, das waren wir! Und, äh, ähm, meine Wenigkeit fürchte ich. Wer hat euch denn auf die Idee gebracht, dass sie ein Gelumpegeist war? Bonnie hat gesagt, dass sie ein Buch gelesen hat, worin nicht stand, dass es Gelumpegeister nicht gibt. Das habe ich doch nur gesagt, weil der Rest von euch völlig sicher war, dass es da draußen wirklich Gelumpegeister gibt. Das ist doch nur eine erfundene Geschichte. Wugi, wugi, wugi! Es, es ist meine Schuld. Seit ich diese Geschichte gehört habe, stelle ich mir vor, was wäre, wenn Gelumpegeister wirklich existieren würden. Und in der Geschichte stand, dass sie die Dunkelheit lieben. Und dann habe ich mir noch mehr vorgestellt. Und bald hatte ich überall in meinem Laden Fallen aufgestellt. Danach auch in Zitonella Salon und, oh, es tut mir so schrecklich leid. Man kann ja nie wissen, was in der Dunkelheit ist. Und, und, na ja, wie soll man sehen, ob sich nicht da draußen irgendwo Gelumpegeister verstecken, wenn es nun mal dunkel ist. Zieh dich um, Orangela. Jetzt schließe deine Augen. Sind sie fest zu? Jetzt öffne sie wieder und sieh dich noch mal um. Sind da irgendwelche Gelumpegeister? Nein. Ich denke immer wieder daran, dass es nichts in der Dunkelheit gibt, was nicht auch da ist, wenn es hell ist. Du hast recht! Und wenn du dir einen Gelumpegeist vorstellen kannst, der dir Angst macht, kannst du dir bestimmt auch einen Gelumpegeist vorstellen, den du lustig findest. Ja, das kann ich. Wir sind alle größer als unsere Ängste, egal wie klein wir uns auch manchmal fühlen mögen. Das ist wahr. Und Orangela, du warst diejenige, die am Ende so mutig war wie früher, auch als wir alle Angst hatten. War ich das? Oh ja! Du warst auch diejenige, die bis vier gezählt hat. Ja, das war ich. Und du warst diejenige, die die Haargummifalle abgefeuert hat. Das war ich auch. Du bist schon immer die Mutigste von uns allen gewesen. Ja, das bin ich. Du hast recht, es gibt nichts in der Dunkelheit, was nicht auch da ist, wenn es hell ist. Nicht einmal diese Gelumpegeister. Wuggi, Wuggi, Wuggi! Wuggi, Wuggi, Wuggi! Ja, ja, ja! Kommt alle in meinen Salon für das Schönste und Schickste unter den Sternen Haarstyling aller Zeiten. Ja, ja, ja! Ich bin bestimmt schon rein! Ja, ja! Ja, ja! Entschuldigung, ich hab aus Versehen das Licht ausgeschaltet. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Jetzt hört mal alle her, ich hab was zu sagen. Nehmt eure Träume ernsten, wie es sich dreht. Bekämpft die Ängste, nicht alles muss perfekt sein. Woran du glaubst, ist das, worum es geht? Sei offen, interessiert, stell hunderttausend Fragen. Sei so, wäre ich gut, wie du kannst, ja. Stell dir nur vor, es gibt so viele Möglichkeiten. Lass uns Geschichte schreiben. Sag es laut, sprich es aus. Mach mal Lärm und streie es einfach raus. Sag es laut, trau dich auch. Steh zu deinem Traum und sprich ihn aus. Und hol alles raus, sag es laut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF für funk, 2017